Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, super Preis-Leistungsverhältnis. Funktionales iPad-Fach, leicht gepolsterte Gurte, angenehmer Tragekomfort bei leichter Befüllung, zum Beispiel Badesachen, Sportzeug. Als Schultaschen nicht geeignet, aufgrund der Größe und fehlenden. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.